Wenn ich als Schüler oder Student eine Klausur gut bearbeiten möchte, dann muss ich auf die sogenannten Operatoren achten. Operatoren sind Werben oder in der Grundschule würde man sagen Tunwörter, die mir signalisieren, was genau in dieser Aufgabe ich bearbeiten soll und was noch wichtiger ist, in welcher Tiefe ich diese Aufgabe bearbeiten soll. Und was ich in diesem Würfel gemacht habe, ist, ich habe die drei verschiedenen Bereiche herausgeschrieben und ich werde das PDF-Dokument in der Infobox verlinken. Und wir wollen uns anhand jedes Anforderungsbereichs anschauen, wie ich bei der Bearbeitung einer Aufgabe vorgehen muss. Und zwar schauen wir uns den ersten Bereich an. Ich habe eine Aufgabe, wo ich die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit nennen soll. Und ich unterstreiche den Operator Nennen, schaue in der PDF nach und Nennen heißt, ich muss entweder Informationen aus vorgegebenem Material entnehmen oder Kenntnisse ohne Materialvorgabe anführen. Also, in einfachem Deutsch übersetzt, ich muss irgendwas auswendig Gelerntes in unserem Beispiel wiedergeben. Und was ich also hier mache, ist, ich strukturiere die Aufgabe vor. Ich mache drei Spiegelstriche für die drei Dimensionen. Und Nennen heißt jetzt einfach nur die drei Dimensionen nennen, also Wirtschaft als erstes, Umwelt als zweites und als drittes Soziales. Und ich habe die Aufgabe schon beantwortet. Ich muss nicht näher ausführen, nicht erläutern. Ich bin schon fertig mit dieser Aufgabe. Als nächste Aufgabe muss ich den Begriff Unternehmensleitbild erläutern. Der Operator ist erläutern. Und wenn ich nachschaue, was erläutern heißt, dann stelle ich fest, ich muss Sachverhalte im Zusammenhang beschreiben und anschaulich mit Beispielen oder Belegen erklären. Ich muss also ein bisschen näher hier den Begriff ausführen. Ich muss etwas erläutern oder beschreiben. Und deshalb sehe ich auch im Würfel, ich muss anwenden, Wissen anwenden, nicht einfach nur wiedergeben. Und deshalb schreibe ich hier als Antwort hin, ein Unternehmensleitbild sind die Grundsätze eines Unternehmens als ersten Satz. Somit habe ich den Begriff ein bisschen erklärt. Und jetzt erläutere ich ein bisschen, es dient der Orientierung nach innen und außen. Und somit habe ich auch diese Aufgabe beantwortet. Ich habe sie ein bisschen erläutert. Ich habe also nicht einfach nur den Begriff genannt, sondern ich habe mir auch ein bisschen erklärt und beschrieben. Und auch diesmal bin ich mit der zweiten Aufgabe fertig. Schließlich habe ich eine dritte Aufgabe. Beurteilen Sie die beabsichtigte Einführung von Strafzöllen im Hinblick auf den Erhalt von Arbeitsplätzen in den USA. Beurteilen ist der Operator. In der PDF kann ich dazu lesen, Aussagen, Behauptungen, Vorschläge oder Maßnahmen im Zusammenhang auf Stichhaltigkeit bzw. Angemessenheit prüfen und dabei die angewandten Kriterien nennen. Das heißt, das ist der dritte Bereich. Das ist ein Operator, das ist der komplexeste Operator. Ich kriege am meisten Punkte. Und hier muss ich tatsächlich jetzt ein bisschen weiter ausführen. Das heißt, das ist eine sehr komplexe Aufgabe. Ich muss die Strafzölle ein bisschen erklären. Ich muss die Arbeitsplätze, die Auswirkungen auf die Arbeitsplätze erklären. Und meistens ist es so, in diesem dritten Bereich, ich muss meine eigene Meinung sagen bzw. ein Urteil fällen und nur dann kriege ich die volle Punktzahl bei dieser Aufgabe.